heute wieder metalldetektor und zwar die attacke und zwar auf die zählen gehen wir ab ich weiß gerade ist der stochen von so verkackten mücken pass mal auf hier falsche richter drecksviecher ohne ende geht das hier ab mit den verkackten mücken aber wir werden heute wieder baumwurzeln sondeln machen genau wir gehen quasi mit unserem detektor um diverse baumwurzeln um zu und gucken was wir da so finden das letzte mal haben wir ja wirklich drei verschiedene sachen gefunden drei verschiedene sachen an der gleichen baumwurzel quasi am gleichen fundort sehr merkwürdig und wirklich total verschieden also es waren wirklich drei verschiedene sachen materialien ich glaube eine dose eine zopfspange irgendwie und irgendwie noch was aber das war's dann auch schon große markierte bäume erst markiert hier kommt man darum sind auch immer gerne gesehen um irgendwas zu verbunden zu verschnuddeln und weg zu packen pass auf ihr wolltet mir sagen im letzten video hauptsächlich wollt ihr die funde sehen und das werde ich euch jetzt auch geben und deswegen gehe ich eben kurz auf pause und mache erst dann weiter wenn irgendwas gecheckt hat der käfer hier das komische teil der ist voll mit dabei ja das hat jetzt gecheckt wegen meinem handy in der käfer der will nichts davon wissen und immer noch nichts gefunden ja ohne flax jetzt ich bin jetzt hier schon seit 20 minuten fast und das ist gar nichts nichts wir sind aber auch mitten im wald und das heißt noch lange nicht dass da dann auch irgendwie was zu finden ist ne logischerweise also sowas von hundertprozentig immer noch nichts gar kein signal das ist echt übel also 25 minuten fast ja 28 minuten bin ich jetzt schon hier und gar nichts nichts kein fiepsen kein chipsen kein chips da müssen wir am ball bleiben unbedingt da eindeutig also bodeln ist angesagt wieder buddeln da war es nicht aus den augen verlieren unter den defektor halten zeigt guckt hier aber das sieht schon so aus ist schon ziemlich hart das wissen wir wahrscheinlich unter der mit der schippe ausbuddeln also noch mal drauf halten den burschen hier genau die stelle hier bedeutet schippe holen es sind bald immer sehr schön alles ist verwurzelt aber das ist mir scheißegal ich will wissen was das ist also raus den scheiß und da haben wir schon was haben wir hier kronkorken das wird auch gewesen sein hundertprozentig passt mal auf richtig da ist nichts mehr und weiter weiter natürlich logischerweise und wieder attacke hier so ein bisschen größer oder also detektor an der seite das war an der stelle hier erstmal machen wir ein bisschen so wie gehabt ja nächstes mal nämlich ein pinpointer wieder mit ihr habt ihr recht ihr habt ja recht nix also da haben wir schon mal nicht das ist definitiv tiefer aber sie werden das jetzt angreifen hier so schippe logischerweise die gleiche wie die ganze zeit aber die ist echt gut wirklich die hat richtig qualm also die kann richtig was ab das machen wir eine seite und unter den detektor halten das war schon mal nix aber hier sieht sehr verdächtig aus oder findet ihr nicht ist es aber nicht dass ich jetzt schwören können dass es das ist auch nicht noch tiefer 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 wir müssen ein bisschen aufpassen das ist echt brückeligen chromes hier guck mal her drunter halten immer noch nicht immer noch nicht das kann was denn los ist es immer noch ja aber wo jetzt nicht mehr so stark doch da da ist es noch was haben wir denn hier was haben wir denn hier hier haben wir was das nur eine wurzel das ist nur eine wurzel gewesen sein wir werden es gleich sehen so dass man an der seite hier und rollen das war ja ich glaube ich habe da gerade schon was gespürt könnte auch nur eine wurzel gewesen sein wir werden es gleich sehen so dass man an der seite hier und rollen raus den kram nix raus den kram nix und raus den kram nix das ist schon ziemlich tief würde ich mal sagen für normale verhältnisse oder umgekippt umgekippt buddel kacke er zeigt immer noch signal hier das muss irgendwie tiefer liegen was ist denn da los das kann ja gar nicht angehen dass es so tief liegt ich werde immer ein bisschen mehr weg hier nicht dass es noch an der seite liegt irgendwie und wir haben da irgendwas verpasst wir wollen das ja auch definitiv finden so jetzt geht es wieder los alles schön unter der detektor halten nein es ist nicht nächster es ist nicht das ist echt verhext oder ist es nicht auch nicht und auch nicht was ist denn hier los verdammte scheiße ist das so tief ja egal der bleibt mal am ball scheiße dass die wurzel ist ein bisschen dick ja das ist scheißegal ich will das jetzt wissen jetzt will ich es wissen jetzt ist vorbei ende banane ran an der wutz hier ran an der wutz auch nix auch nix das kann aber nicht sein das kann auch gar nicht sein auch nix sag mal bin ich bescheuert oder was ist weg also habe ich ausgegraben merkt ihr gar nichts mehr ja der tektor ist an ja funktioniert gar nichts mehr ausgegrabenen auch nichts da wird ziemlich verarschen oder was und hier war der mal plastik schippe die kann nix machen das quasi der aushub da da haben wir was ja so schnell kann man dann vorbei und schon schon ist vorbei das ist doch wohl verhext oder das kann doch gar nicht angehen was sind das für eine scheiße ja so kann man verarscht werden kleines aluminium teil echt hammer hart oder wir checken das jetzt noch mal das war's das auch noch was seht ihr das hier da das kann doch nicht angehen das ist es nicht da jetzt haben wir es in der hand weg weg das kann nicht angehen weg was hab ich denn gemacht ey gar nichts das kann doch nicht sein da da ist er jetzt alter was ist denn das das ist ne wurzel und das da ist nichts jetzt aber nicht gefunden immer noch nicht sag mal was ist denn los sag mal was ist denn los teilt hab ich verstehe nicht aber nicht ja du hast aber kommt immer noch den das teil hier ist es keine ahnung nicht so was von dermaßen so was von dermaßen empfindlich was ja geil ist aber guck mal hier der ist nichts oder also ich sehe nichts kommen hier ein kleiner später hier so ein ganz kleiner später ist das ja was für eine scheiße wirklich irgendwas haben wir jetzt und schon wieder so ein scheiß teil was wirklich zum kotzen sinnloses gesuche für nichts es geht aber weiter es kommen sicherlich noch spannendere sachen aber hier haben wir jetzt erstmal uns alles gegeben pass mal auf hier ich habe hände wie so ein maulwurf ich muss mir um den handschuh holen vorbei guck mal in anderen videos